Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Mein Name ist Dennis und auch heute begrüße ich euch zu einer neuen Folge bei diesem wunderschönen Let's Play. Über 50 Folgen haben wir schon hier auf dem Schlachtfeld gemeinsam verbracht. Wir spielen im Modus Galactic of Soul und wie immer findest du alle Folgen unter diesem Video in der Videobeschreibung und in der Playlist. So, ich hab heute richtig Bock zu zocken und ich hoffe ihr ja genauso. Ich hoffe ihr habt das letzte Video von Star Wars Battlefront 2 hier auf dem Kanal gesehen. Denn da gab es eine große Ankündigung, genau gesagt geht es um Star Wars Episode 8, die letzten Jedi. Und wir können den Film gemeinsam am 12.12. im Kino in Köln vor allen anderen gucken. Ist das geil oder geil? Dazu gab es ein extra Video, was ich gemacht habe. Schaut mal auf den Channel, also ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich würde mal sagen, ab auf Jakku und lasst uns die Reise beginnen. Nicht aufhören! Die Lage ist folgend. Wir wollten auf Jakku einen Droiden von den Schreuzammlern kaufen. Ein Halt ist reale Einheit mit Daten, die wichtig für die Erste Ordnung sind. Wir haben den Hut. So weit suchen. Aber jetzt landen überall Truppen der Ersten Ordnung. Wir müssen sie bekämpfen, bis wir eine Exfiltrationsroute haben. Haltet den Landeplatz und die alte Reaktorkontrollkammer so lange wie möglich gegen die Drucklasten. Nicht zurückweisen! Ihr habt es gehört, was die Dame gesagt hat. Wir haben eine Aufgabe, die gilt es natürlich als Widerstandler hier in Angriff zu nehmen. Halt, die ist zu weit weg hier. So. Zuschlag, Zuschlag. Du bist zu weit weg! Lasst uns die kleinen First-Öderchen zu... Oh, da kommt einer. Oh mein, da waren zu viele. Da waren drei Stück. Aber wir haben auch wieder eine Essence hier rausgehauen und wir können jetzt eine Runde fliegen. Ihr wisst ja, ich bin also ultimative Flieger. Ich bin Star Wars Battlefront 2. Ihr habt da schon die besten Kills mit rausgeholt. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr das Video schaut und natürlich wieder ein Däumchen da lasst. Sehr, sehr nett. Okay. Da können wir von hier oben gar nichts anrichten, oder? Wir müssen das andersrum anfliegen. Ist denn denn jemand auch in der Luft? Nee, ne? Ach, nee, doch nicht. Boah, das sieht so nice aus, Mann. Oh, jetzt kommt jemand. Ja, als... Der hat 0 AP! 0! Habt ihr das gesehen? Ey, eine Sekunde früher, wir hatten den weggerunzt. Der hatte 0 AP, Leute. 0. Ich fahre sie nicht. 0. 0 AP. 0 AP. Oh, krass, ey. Okay. Ist akzeptiert. Ist akzeptiert. Tresst mich nicht. Tresst mich nicht. Sag ich ja. Boah, was ist hier los? Oh, krass. Wie viel war denn das denn jetzt? Die waren hin und... Ja, ich finde irgendwie den Heavy... Ich bin dann auch so ein bisschen... Früher in der Beta habe ich den richtig, richtig gern gespielt, aber mit dem Blaster immer... Ich weiß nicht, muss man den anderen wieder auswählen. Ich finde den, den ich nämlich jetzt drin habe, gar nicht so gut. Ja, das müssen wir ganz machen. Die haben auch überall Sniper da hinten. Ich habe heute in einem Interview gelesen, dass Daisy Ridley gesagt hat, dass sie nur noch Ray bis Episode 9 spielen möchte und dann war es das. War verständlich. Mal was Neues machen, wa? Das haben die übrigens vom Battlefield übernommen. Achtung, Granate. Ja, Mann. Mr. Goggles. Ich will nur mal fliegen. Aber es ist gerade belegt, okay. Ach, warte. Ich wollte die Waffe ja weg. Mist. Ja, hab ich verloren. Okay, wir bleiben direkt hier drüben. Okay. Warte mal. Hier ist besser. Ja, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Junge. Ey, wie viel Glück kann man denn haben? Jetzt reißt. Jetzt holt ich meine Profiklasse raus. Jetzt werde ich euch alle platt machen, Leute. Ihr wollt so. Ihr kriegt eins aus dem Maul. Jetzt richtig... Wie seht's... Oh. Ja, gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt müssen wir ein bisschen was reißen hier. Ah, Mann. Ja, ich muss echt mit dem Heavy noch mehr spielen. Eigentlich dürfte ich jetzt gar nicht den Heavy abgeben, weil ich müsste dann mit mehr spielen, aber... Komm. Machen wir erst mal hier. Oh, nice. Vorne ist ein Dings. Das Mobil ist geschützt. So, ich dachte, wir können hier links rum. Wir nehmen das gerade echt cool ein. Boah. In Deckung, in Deckung. Oh, krass. Wir haben mal einen Temal-Detonator um die Ohren gezwiebelt. So, die kriegen wieder... Oh, jetzt haben die 100 Tickets. Aber wir... In der Nähe zu sichern. Wir suchen unser Bestes. Wenn wir das Schatten gehen, wir rauchen und hauen mit den Druiden ab. Okay. Wenn die erste Ordnung uns zurückdrängt, naja, eine Chance haben wir dann noch. Das ist sehr ermutigend. Danke, junge Dame. Warte mal. Da lang. Wir werden an der Ostseite zurückgedrängt. Ich mach es doch kaputt, junge. Alter. Ich bin auf dem Trip. Ich muss ihm mal da ein bisschen helfen. Oh, Mann. Es gibt immer einen, der einen wegholt. Jedes Mal. So, zurück aufs Schlachtfeld, Freunde. Wupp. Wupp. So, das müssen wir jetzt hier verteidigen, ja? Das sollten wir schaffen. Komm. Boah, was? Ist der mit den Leuten immer... Au, wir haben noch einen mitgenommen. Hehehehe. Äh... Ich würde mal gerne echt den Hahn spielen. Den Hahn. Mit dem Stuhl. Mit dem Stuhl. Hahn, Stuhl. Stuhl, Hahn. Dank. Ach, was laber ich hier? Komm. Oh, ist jetzt einmal getrunken, ne? Ja! Wir verteidigen das gerade wieder. Sehr gut, sehr gut. Komm, wir machen das. Wir machen das, Leute. Oh, ich kann nicht schießen, meine Waffe. Ah, wir kriegen den Hans Solo noch. Den Hans Solo. Den Hans. Komm, Leute. Go. Wir wurden dafür ausgebildet, die zu verdichten. Das schaffen wir. Mutter Teresa, was ist hier los? Oh, nein! Oh, ich wollte mich gerade wegrollen. Komm, 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 komm. Die dürfen endlich kriegen. Ja, Mann, das ist, das ist, das ist geil. Geil. Kylo. Du Kyla, Geilo. Komm, Mann, der ist in Ordnung, sagt gerade eins. Ich kann nicht erkennen, wer es ist. Hat er doch was gesagt? Ja, als ab! Was war jetzt? Ging die Hans aus dem Maul. Ich schwöre es euch, Leute. Ich rotze den ganzen Eingang. Jetzt habe ich mit Explosiven geschossen. Jetzt rotze ich alles zurück, was ich will. Komm. Lass loslegen. Einer weniger, Mann. Genau. Oh, da sind jetzt auch zwei Hellen. Ja, moin. Wie ist präziser, die Waffe? Wollte mal so ein Scan-File jetzt, ey. Das wäre geil. Wir halten das gut gerade. Die kommen nicht durch. Aber die haben noch 26 Tickets, ey. Das ist schon noch viel. Wir sollten uns beeilen. Komm, Leute. Einfach halten. Die kommen nach oben, oder was? Ja. Na 15, komm. Das schaffen die nicht. Schön reinballern. Ja, Mann. Keine Lust da, oder? Da hat er gut geklappt. Oh, jetzt habe ich aber mal eine Waffe gefunden hier. Ja, Mann. Nice. Yeah, Baby. Wir können los, wenn wir in der Zeit haben. Wir können los, wenn wir in der Zeit haben. Wir können los, wenn wir in der Zeit haben. Wir können mit dem Schrott lassen. So, und nicht anders, Thomas. War letztlich MVP, aber so. Alter, was hat der denn für einen Skin? Ach so, ne. Das sah nur so aus. Äh. Halt den Feind zurück. 50 Gegner mit dem Wachgeschütz. Das schweren Trupplers besiegen. Okay. Interessant, interessant. Da kriegen wir eine Wächterkiste. Ja, das war aber eine coole Runde Star Wars Battle von 2, Leute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. 18 Kills haben wir gemacht. Die nächste Folge gibt es dann natürlich wieder morgen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Mögt ihr mal mit euch sein? Und checkt unbedingt das Gewinnspiel ab. Das geht nur bis Montagmorgen. Wenn ihr bei Star Wars Episode 8, die letzten Jedi dabei sein wollt, in Köln am 12.12., dann unbedingt das Video schauen. Ich habe das wie immer unter diesem Video verlinkt. Dann findet ihr nochmal alle Informationen. Habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode.